Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Heute etwas anderes. Heute haben wir ein Mac Mini von 2011 und bei dem möchten wir einmal die Festplatte mit dem von einer 1 TB HDD gegen eine moderne SSD austauschen um diesen guten kleinen Mac Mini hier ein neues Leben einzuhauen. Als aller erstes legen wir den Mac Mini auf seinen Deckel, drehen an diesem Rad und nehmen diese runter, die ist hier an den Seiten befestigt mit diesen beiden Schräubchen. Dann nehmen wir unser gutes Alphixit Toolkit, schnappen uns den passelnden Aufsatz und entfernen die ersten Schrauben. In dem Fall sind es die Schrauben der WLAN Karte. So, das waren schon mal die ersten. Dann müssten wir jetzt auch die WLAN Karte hier rausbekommen. So, einmal nach oben. Dabei bitte vorsichtig sein. Es befindet sich nämlich ein Kabel hier unter diese Abdeckung. Hier sieht man das Kabel. Das geht hier auf unsere WLAN Karte, die sich hier unten befindet. Im Fall nehmen wir uns aus z.B. dem iFixit Protect Toolkit einen Spudger und entfernen einmal die Antenne. Solltet ihr nachher beim Zusammenbau Probleme mit dem WLAN haben, ist es dieses Kabel, was wahrscheinlich dann nicht richtig angeschlossen ist. So, hier haben wir jetzt schon direkt die gute Sicht auf die Festplatte. Leider hat Apple dieses Teilchen so stark hier drin verbaut, dass wir sie jetzt noch nicht herausbekommen. Wir müssen erst noch einige weitere Schräubchen lösen. Damit beginnend hier oben den CPU Kühler. Dafür brauchen wir einen anderen Aufsatz. Jetzt muss ich einmal kurz schauen welcher das sein könnte. Der sieht passend aus, ist aber schon wieder zu groß. Ja, in dem Fall ein Torx 6. So, hier befindet sich mal wieder ein Kabel. Mit einem kleinen Konnektor. Bei der Gelegenheit empfiehlt sich es natürlich einmal den Kühler sowie auch den Lüfter zu reinigen. So, jetzt schauen wir hier mal rein. Nehmen wir den Ramm raus. Hier befinden sich jetzt ein, zwei Schräubchen im Normalfall. So, unter dem Ramm ist keine Schraube. Dann haben wir hier eine Schraube. Okay, hier schauen wir den Ramm. Das ist auch eine T6. Die ist recht lang. Die dürfte eigentlich nichts machen. Hier ist eine Schraube auf der WLAN-Karte. Ich glaube, die können wir drin lassen. Und die hier. Okay, die können wir auch drin lassen. Die ist recht kurz. Das betrifft nicht nur eine Schraube, sondern noch. Kannst du mal probieren? Nein. Hier fehlt schon eine Schraube, aber das ist die hier. Die kommen halt so noch nicht an die Festplatte wirklich ran. Vielleicht muss ich tatsächlich stärker schieben. Im Normalfall schiebt man das Mainboard einfach raus. Ne, die Schraube macht ja eigentlich nichts. Hier müssen auch eine kleine Schraube rein. Was übersehe ich? Irgendwo übersehe ich hier was. Ist dieses Teil lose, ja? Das wird mich doch aber auch nicht weiter bringen. Was übersehe ich? Jetzt läuft doch die WLAN-Kartenschraube. Ne, die ist definitiv zu kurz, als dass die irgendwas halten könnte. Das ist halt auch nur eine Kunststoffabdeckung. Unsere Festplatte ist draußen. Die würdet ihr jetzt zum Beispiel durch eine SSD ersetzen. In meinem Fall bleibt sie erstmal drin. Hierzu diese beiden Schraube entfernen. Und an die neue Festplatte wieder heran setzen. Das Kabel heran setzen. Und dann machen wir das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Jetzt muss man noch die Löcher einmal treffen. So. Dann schieben wir das Mainboard wieder zurück an seine Position, bis es einrastet. Und nun verbinden wir. Okay, das passt nicht ganz. Das passt wohl noch nicht ganz. Jetzt ist sie richtig drin. Oder auch nicht. Jetzt fühlt sich's aber immer noch nicht richtig hin. So, aber. Ja. Jetzt ist sie richtig drin. So, dann müssen wir hier einmal unser Flexkabel wieder verbinden. Das ist jetzt richtig. Dann dieses kleine Käbelchen hier wieder verbinden. So. Unsere Abdeckung. Hier kann wieder drauf. So. 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 Ihr könnt natürlich vor dem SSD Upgrade bereits ein Backup eurer Festplatte gemacht haben und sie auf die SSD gespielt haben. Hier kommt ein bisschen störrisches Kabel. Das dreht sich immer so ein bisschen gerade. Das möchte hier einfach nicht wieder rein. Komm schon. Jetzt. So. Hier drunter, hier drauf, dann kommen noch die letzten Schraubis. Dafür brauchen wir jetzt aber noch einen Aufsatz. Hups, falsche Schraube. Mich scheint das Board noch nicht mal kurz an der Zinsitzung, so wie es aussieht. Da sind wir noch nicht richtig drin, ja? Ist halt so. Aber alle Schrauben haben gepasst. Ah, weil das die Schrauben der Festplatte sind, ok. Dann sitzt die Festplatte hier noch nicht richtig. Jetzt aber. Hier. Hier. Hier war noch leicht verschoben, das erklärt es natürlich. Jetzt ist alles wieder an Ordens Stelle. Bis auf den hier. Dann kommt die hier vorne hin. Perfekt. Dann kommt unser Deckel drauf. Und fertig ist der Mac Mini. Nun müsst ihr hier eigentlich nur noch anschließen. Wie gesagt, entweder die Internet-Coverty starten oder eben. Wenn ihr schon das Backup auf der SSD habt, direkt das Backup der SSD nutzen. Das war es noch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sollte es so sein, lasst mir ein Like da. Habt ihr Kritik oder Vorschläge oder Ideen, was ihr das nächste Mal sehen wollt. Schreibt es gerne unter die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.